Hey Wrestling Fans, hier ist der Bulli aus Nauheim, Aaron Insane und wie man mein Outfit erkennen kann, Business Edition, wie in guten alten Kehl Holding Zeiten. Heute geht es aber um ein sehr ernstes Thema, um Ausländerfeindlichkeit bzw. Rassismus. Ich selbst bin mit Ausländern aufgewachsen, meine besten Freunde kommen aus der Türkei. Ich war lange Zeit mit einer Serbian zusammen und auch mein guter Kumpel, der Kehl, kommt ja auch nicht rein aus Deutschland, sondern aus Split in Dalmatien und das liegt ja bekanntlich in Kroatien. Fakt ist, Ausländerfeindlichkeit ist ein Thema, was immer wieder auf den Tisch kommen wird. Das, was wir dagegen tun können, ist, das zu ignorieren und dem keine Kraft zu geben. Ausländer sind ein Teil von Deutschland und das ist auch gut so. Und ja, dementsprechend sage ich zu allen, die da anders denken, reißt euch mal am Riemen.